Wie man hier sieht, nimmt sich OBS hier gerade in seinem eigenen Fenster selbst auf. Ich habe ein USB-Audio-Interface in Gebrauch von Behringer, und zwar das Behringer 404 HD. Dieses Behringer 404 HD hat vier Mikrofoneingänge. In der Vergangenheit ist es mir nicht gelungen, diese vier Mikrofoneingänge separat einzeln in OBS aufnehmen zu können. Nach dem letzten Update, ich benutze hier Linux Mancharo, also eine Arch-Based Distro, nach dem letzten Update waren plötzlich vier Input-Kanäle da in Pavo-Control. Fällt mir gerade schwer, Pavo-Control hier anzuzeigen. Ist bei mir auf einem anderen Bildschirm, auf den ich jetzt die OBS-Aufnahme nicht eingerichtet habe. Aber vielleicht kann man es hier ja sehen. Ich habe jetzt hier vier Audio-Interfaces eingebaut. Und wenn ich auf Eigenschaften gehe, sieht man, ich kann hier vier Inputs auswählen. Von meinem UMC404 HD. Ich muss noch dazu sagen, ich verwende hier Pipewire. Und das hat wohl auch mit Pipewire zu tun. Daher starte ich jetzt mal ganz einfach eine Anwendung, mit der man sehen kann, was hier alles so im Programm von Pipewire ist. Das ist dieser QWP-Graph. Und der sieht jetzt entsprechend interessant aus. Man sieht hier mein UMC404. Und ich habe hier einen Dreierkanal. Da habe ich einen Zweierkanal. Das ist mein Headset. Das geht in Input Nummer 1 von meinem Interface. Es gibt hier auch Input Nummer 2. Es gibt hier auch Input Nummer 3. In Input Nummer 1, da habe ich ein PodMic dran. In Input Nummer 3 habe ich da gerade mein DT797 angeschlossen. Und das Geile daran ist, ich kann jetzt zwischen beiden Mikros hin- und herschalten. Ich muss mal hier gerade mal kurz ein bisschen verordnungsweigen. Das ist ein bisschen das Ungewöhnliche an QWP-Control, dass hier am Anfang immer alles durcheinander geworfen wird. Und da wäre Input 4. Ich wüsste nicht, dass ich an Input 4 was rangehängt habe. Da ist bei mir eigentlich nichts eingestöpselt. Aha. Okay. An Input 4 ist das Standardinterface angeschlossen. Deswegen ist da wohl auch noch was konfiguriert hier. Was haben wir hier? Da haben wir die Monitor-Sektion. Input-Sektion, Monitor-Sektion. Es fällt auf, wir haben zur Sound-Ausgabe jetzt Linie A und Linie B vom UMC 404. Das heißt, ich habe jetzt zwei Auswahlmöglichkeiten für die Sound-Ausgabe. Ich muss jetzt mal gucken, was das bei dem Interface dann genau bedeutet. Ich kann Linie A oder Linie B ausgeben. Ich könnte also an zwei verschiedene Ausgabe-Boxen hier etwas weiterleiten. Also man sieht hier schon schön in dieser Patch-Bay. Ja, ich gebe auf Linie A aus. Ich habe hier vollen Zugriff, ohne Check dazwischen zu schalten, auf alle vier Aufnahmekanäle von meinem schönen Behringer Audio-Interface. Das ist richtig gut. Das hatte ich noch nie und das hatte ich mir immer so gewünscht. Also wenn ich vier Kanäle einzeln aufnehmen wollte in OBS, musste ich in der Vergangenheit immer sowas nehmen wie Reaper und dann über Check gehen. Hier nochmal die Anzeige. Also mein Headset ist in Kanal 3. Ich beuge mich jetzt mal zu meinem USB-Mig. Also ich habe einen Pod-Mig, von wegen USB-Mig. Das ist natürlich ein XLR-Mikro. Das ist bei mir an Kanal Nummer 1. Das ist jetzt mein Pod-Mig an Kanal Nummer 1. Ja, ich habe eine kleine Modifikation an meinem UMC404 HD vorgenommen. Ich habe da zwei Hardware-Schalter dran. Und damit kann ich jetzt direkt die Kanäle einzeln an- oder ausschalten. Das ist eine eigene Sache für sich. Die sollte ich mal in einem separaten YouTube-Video vorstellen. Ich kann jedenfalls jetzt hier on the fly hin und her schalten und gleichzeitig, also je nach Lust und Laune, mein Pod-Mig benutzen und das separat einspeisen hier auf Kanal 1. Oder ich benutze mein Headset und speise das separat auf Kanal 3 ein. Ich könnte auch beide gleichzeitig laufen lassen, aber das ist vom akustischen Standpunkt her, glaube ich, keine so gute Idee. Ich schalte jetzt wieder mal zurück. Jetzt bin ich wieder bei meinem Headset. Man hört den Unterschied, denke ich, in dieser Videoaufnahme auch deutlich. Das heißt, ich kann jetzt je nach Lust und Laune zwischen beiden eingesteckten Mikrofon-Typen wechseln. Das Leben kann so einfach sein. Immer dann können wir uncastische Zeit. Das Leben kann so plötzlich weiter drinken.